Hoi! Und willkommen zu einer weiteren Folge Molokuft Jumle Ague Dikajau Direkt 6 Äpfel Wow! Und ich kann meine Stein... äh meine Free Gift Ist das schon immer so? Kann ich das einlösen? Ne ok schon gut Ja aber schön Kann ich da direkt mal gegen eine Steinachst austauschen Mein Free Gift Was war das denn? Ach lol Gut dass davor schon ein kleiner Checkpoint war Ey Wie schaffe ich das? Ach der weißt du Der wirst direkt bestraft weil du so krass durchrennen willst Drei Gold ok Ja das kann man mitnehmen So Konzentrieren ich will es ja heute wieder schaffen Ne? Ich habe letztens mal meine Stats hier angeguckt Ich glaube ich habe es mittlerweile so an die Weiß ich nicht 20 mal geschafft Ist jetzt nicht unbedingt viel Aber ich nehme ja auch eigentlich nur dann auf wenn Äh nicht ich nehme Ich spiele das ja auch nur dann wenn ich es Aufnehme Und das bedeutet Ihr habt davon alles eigentlich gesehen So ziemlich Was ist da drin? Ein Schatz Ja guck mal Das ist doch toll Gleich bekomme ich hoffentlich direkt nochmal ein Steinschwert und Ach komm weißt du was ein Dierschwert Und eine Eisenbrust Was war das? Aber jetzt schon mal eine Goldbrust bekommen ist auch echt nicht schlecht Besser als die scheiß Lederbrust die ich habe Weißt du was? Die kann ich direkt mal wegwerfen So eine Kacke will ich gar nicht in meinem Inventar haben Zack Nein Oh Gott Das ist doch schon mal ein Anfang Ich weiß noch nicht warum ich da gerade die Steinachs draus genommen habe aber Ich nehme sie lieber mal mit Die werde ich bestimmt noch brauchen Falls ich äh zufällig Lernen sollte Zwei Sachen gleichzeitig zu tragen Oh lol Ja 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 Ich hab's geschafft Cool Das sind bisher echt Anständige Module Aber Das Bedeutet nichts Ich denke da kommt gleich noch ein richtig ekliges Das ist eigentlich immer so Man rennt hier durch Und man merkt auch gar nicht wie weit man schon ist Und dann auf einmal Kommt Modul Das willst du nicht mehr los Zum Beispiel das hier Ja ne Hey Ich glaube das war einfach Alter Junge Genau Springer drüber Geht auch Zack Krass Achso Das war ein Kopf Ach guck mal Da werde ich direkt nochmal geprankt Vielleicht was aber Ein Social Experiment Weiß es nicht So So Ich war übrigens Letztens Äh Oh cool Kaum will ich anfangen Scheiße zu erzählen Bekomme ich ein Deal Geil Das sollte ich mir merken Äh Ich war letztens in New York Und hab mein Social Experiment War gemacht Mein Prank Und zwar Hab ich euch ja gefragt Ob ich einfach mal hingehen soll Und Leute abschießen soll Hat geklappt Oh Alter das war mal die geilste Kiste ever Ne richtig richtig gute Kiste Zack Wow So Mann Ich hasse dich Warum ist der eine Typ eigentlich vor mir Was soll das Das war richtig gut Boah das schlecht Richtig scheiße Ich war mal so gut Leute Dann hab ich einfach ne Ne fette Pause gemacht Ne fette fette Pause Ne fette fette Party Ich Hasse diese Stelle Mann Da gibt's mit Sicherheit noch einen besseren Weg Aber ich kenn ihn nicht Wahrscheinlich gibt's da keinen besseren Weg Das kann mir ich nicht vorstellen Aber der Der andere Wie hat der das direkt geschafft Ist das ein Hicke oder Alter Junge Die Stelle hab ich schon tausendmal geschafft Und jetzt schaff ich hier gar nichts mehr Danke Okay Wow Richtig richtig gut Manuel Okay Nächster Versuch War das knapp War das Ekelhaft Ich hab's Oh danke Warum nimmt mich das mit Bin ich irgendwie verwirrt Ich glaube schon Ich habe aber echt gutes Equip bekommen Ich glaube das einzige Fuck Was ich noch besseres kriegen könnte Wäre echt ein Eisenhelm Und das war's Ich hab ja sogar Eisenstiefel Also und klar Natürlich auch noch Ähm Die Dia Schuhe Wenn ich ihr schaffen sollte Aber die Das war ein Fehler Zähl ich jetzt einfach mal Nicht mit Come on Schon Streite ich mir wieder mit wem anders Den ersten Platz So ich erst da eigentlich Irgendwie lacht mich das da mehr an Und ich denke das geht auch Man kann Höchst wahrscheinlich auch direkt rüber Aber das Probier ich jetzt mal nicht Obwohl das eigentlich besser wäre Das direkt zu probieren Ah shit Ja Wenn man so Wenn man so durchrennt Dann geht das echt Dann sollte das echt klar gehen So Kleinen Moment Mann Ich bin doch spät gesprungen Was soll das Das ist ein Angriff Gegen mein Leben Ey Okay Ich hör auf damit Tut mir leid Leute Bitte Nicht wieder in den Kommentaren Verprügeln Ey Ich Ich bin aber auch ein Yolo King Gerade Ich springe einfach komplett durch Geht doch Ja okay Das ist auf jeden Fall besser Also da könnt ihr mir sagen Was er wollt Das ist Schon mal etwas sicherer Was Achso Da lang Lol Uiui Ich geh da lang Tut mir leid Ich geh den umständlichen Weg Ich glaube der ist Ist ein bisschen Sicherer Oh Gott Ich dachte gerade Für einen kurzen Moment Ich springe gar nicht Ja Es hat geklappt Das geht von der Weißt du was ich gerade Super geil finde Dass die Irgendwann Ich glaube Mit der 1.8 war das Haben die Treppen Nicht die Treppen Die Leitern Eine 3D Textur bekommen Dass die nicht nur Angemalt sind Oder aufgemalt sind Sondern tatsächlich Auch noch Eine gewisse Tiefe Besitzen Und Ach scheiße Ja okay Das war's Und dadurch Habe ich jetzt gerade erkannt Was der richtige Weg ist Man bin ich doof Alter was mache ich hier So Okay Dann wollen wir mal starten Ich brauche unbedingt ein Dia Hat hier irgendeinen Dia Bitte Bitte Ich kaufe es ab Ich bitte 1 Euro Okay Hallo Ja Scheinbar will keiner Mein Angebot annehmen Finde ich ein bisschen traurig Ich glaube da oben ist was Kann das sein Okay Der hat gerade ein bisschen Geleckt Vielleicht ist das ein Hick Ich weiß es nicht Aber ich denke eher nicht Ist das so eine Map Das sieht nach einer Map aus Wo irgendwie was oben drauf ist Ich weiß es aber nicht Ach scheiße Gibt es denn da irgendeinen Weg Sieht gerade nicht so Für mich aus Oh Was machst du denn Ja er hat F5 gedrückt Er weiß dass ich hinter ihm bin Scheiße Dreh dich um Bitte Ist als ob er mich damit Überraschen könnte Ist so kleiner Fratz Oh Ja war das geil Ich hab Ich bin extra nicht reingerannt Weil ich ja Wollte dass er da drin bleibt Und wer zu mir gerannt Hätte ich ihn einfach wieder reingeschubst Das war wunderschön Ja okay Das war schlecht Ich sterbe Ich werde sterben Lol Und ich werde noch von der Seite Ja geil Geil Ey Hab ich mich gerade verdreht Ach Mist Wäre der andere nicht gekommen Ich hätte ihn weggerackt Bisschen wie eine Ausrede Aber ich glaube man hat gesehen Dass ich gerade gewonnen hätte Oder Hat man das gesehen Ach selbst wenn nicht Ist mir doch egal Das ist mir doch alle so scheißegal hier Ob ich gewinne oder verliere Ich meine ich gewinne fast immer Aber Ja Ich hab auch schon ganz viele Minekraftorden Sag mal wo seid ihr denn Hello Und mein Minekraftkompass sagt Da hinten ist ein Gegner Minekraftkompass Bitte weise mir den Weg Bitte Senpai Kämpfen die gegeneinander Ja tun sie echt geil Wenn zwei sich streiten Freut sich der dritte Jetzt gehen sie beide auf mich Weiße Ja tun sie echt Lol Ihr kleinen Säcke Alter Ja egal Jetzt sind beide Oh Und ich komm direkt hin Zum Abstauben Das ist natürlich jetzt Oh mein Gott Du kleines Arschloch Oh mein Gott Du Alter ich hasse mein Leben gerade Jetzt Der hat es echt geschafft In dieser Ne das kann gar nicht sein oder Das kann doch gar nicht sein Als ob jetzt gerade In dieser kurzen Zeit Es geschafft hätte Da Items rauszunehmen Und vor allem frage ich mich dann gerade Welche Items hat er da rausgenommen Wenn nicht die Dias Oder die Äpfel Oder was da war Hä Alter was war das Nein Ich hatte Sticks Ja in der Workbench Hat gefehlt Ich weiß jetzt nicht Ob da noch eine drin war Aber ich hätte ja eine gefunden Das ist auf jeden Fall eine Map Wo man sowas findet Nein nicht der Das ist schon mal dumm Ne ich renne Ich renne Tschüss Hilfe Ich regge Ich regge Oh Mist Ich muss essen Ich muss essen Warte Ach scheiße Jetzt trifft er mich Oh Oh Au Au Da hab ich gewonnen Alter Da hab ich den einfach Easy weggereckt Ja gut Dann bewerte man den Part Ich weine gleich Weil das mit dem Dias Schwert nichts mehr wurde Aber ist ja auch egal Ich hab ja gesagt Ich hab schon viele Minekraftweilen Und ich brauch nicht gewinnen Ich mein ich hab gewonnen Aber ein Dias Schwert zu bekommen Ist halt noch krasser als gewinnen Na egal Bis dann Tschüss